So, da sind wir wieder bei Honkai Star Rail. Machen wir die Aufträge. Alle abholen. Und alle schicken. Ha, das geht jetzt so easy. Und, äh, ja, Reiselog Guide. Wo steh ich denn grad? Ich steh doch irgendwo davor. Warte mal. Ach nee, ich hatte die Universumsimulation gemacht. Hm? In dem Fall, ähm. Holen wir hier Nichtigkeit. Zeitlich begrenzt. Da frag ich mich, brauche ich das, brauche ich das nicht. Habe ich genau richtig? 239. Und dann nehme ich jetzt natürlich wieder die Supergeile. Asheron. Die oder die? Man sieht es noch besser? Wie, wie könnte sie? Hat auch eine super Lichtkegel. Hat auch alles voll. Hat ja auch hier alles super. Ist aber auf Eidolon Stufe 2. Und du? Auch. Also müsste es genauso gut sein. Nehmen wir Zafix mal. Zieh. Äh, 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 sieh. Ja, dann klappt euch mal. Und sammelt mal ein paar Ressourcen. Vielleicht kriege ich die Arche roniert auch noch. Ja, dann klappt euch mal. Also, dass wir hier eine ganze Zeit ver Sebastian. Wo ist es? Ja, dann find ich das. Wie ist er? Wer ist? Dass wir es nicht verstehen sind. Der Wind im Flirt ist. Erste aus der Flirt ist. Der Wind im Flirt ist. nicht schlecht echt nicht schlecht ich will die auch ich glaube das ist dann die beste figur im ganzen spiel zumindest vom angriff her ja 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 Wow. Wow. What a relaxing dragon. We are forged in ice. Never falter. Disappeared among a sea of butterflies. Illusions of the past. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und wer ist jetzt? Dissempfehler, Mama Sea of Butterflies! Illusions of the past! Was? We still are. Is that all? We are forged in ice! Never falter! Who is next? Dissempfehler, Mama Sea of Butterflies! Illusions of the past! I reaped from the party. Get yourself up! Get yourself up! ... ... ... ... ... Vielleicht sollte ich noch ein bisschen übrig lassen. Wenn ich die Simulation noch mal versuche. Wenn ich die Simulation noch mal versuche. Die Illusionen sind in der Vergangenheit. Ich weep für die Partie. Dramatisch! Ich bin hier! Wer ist der nächste? Nein, ich bin hier! Wer ist denn hier? Dissattet sich gegen die Warte und Schmerzen. Der Geschenger ist der Vergangenheit. Wer sind die Vergangenheit. Das ist ja auch. Ich bin hier. Ja! Dissattet sich gegen die Warte und Schmerzen. Was ist die Vergangenheit? Ihr ging auch vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist doch ein schönes Spiel. Wie komme ich da oben hin? Einmal angeklickt. So. Was gibt es da oben? Was ist das? Hm. Irgendwie jeden Tag dasselbe, oder? Liebe für alle! Ich habe mir selbst geliked. Auf Platz 10 nur noch. Aber ich habe ja heute noch nicht gespielt. Okay. Sure. aber teuer für vier runden ja 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 um sieben ist schon wieder noch mal ach leute einmal grundstücks gewinn erhalten oder kann 32.000 trebles bonus erhalten ok da gab es irgendwie nur trebles bonus 12 ok hm hm Vielen Dank. 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 Und da bei 6? Ist er noch einer? Will ich weiter oder will ich... Hm. Ich nehme mal nochmal, mal gucken. Na, da haben wir noch die 6. 1, 2, 3, 4, 5, das Haus habe ich schon. 1, 2, 3, 4, 5. Dann komme ich auf das komische Feld. Dann weiß ich was es ist. Familie Mahlzeitgruppe. Kaufen von Zutaten. Kaufen von Zutaten. Kaufen von Zutaten. Alan. Alan. Oder Fuchs young. 1, 2, 3, 4 und dann geht es weiter. Ich bin 6. Ich bin 6. Ich bin 6er Würfler jetzt hier. Ende reicht. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. wie ich eine pizze oder mache ich mit ich weiß nicht ja ich will keine pizze so viele petzen schrecklich ich weiß nicht ich will die flasche haben was ist das hier eigentlich für ein haus 1 2 3 ach nee das ist ein haus das ist was anders also 1 2 3 4 5 6 die sechs nehmen nimm mal sechs und kauf uns noch eine aus ach das ist wieder dieses illusions dings das war die blase eigentlich muss man da ja ach nee doch nicht da muss man doch große zahlen würfeln geht ja weiter 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 ja ich bin heute habe ich große zahlen mal ach das doppelt sich immer das ist eigentlich furcht und das haus kann ich das dann nicht noch mal kriegen wenn ich da jetzt bin ich habe muss ja einzeln mal gucken wo ich rauskomme warum muss ich bei otis immer an an rolltreppen denken oder aufzüge irgendwie sowas doch an rolltreppen ich denke mal an rolltreppen das hat man schon mal ja besser wird es nicht kaufeln 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 knurk gar nicht schlecht als trostpreis ich mache heute große schritte wie wir noch einen schritt das ist doch das ist wieder das wunderland oder eine das ist nochmal einer ein auftrag Setzlinge zu züchten Natascha natürlich Die kennt sich mit Biologie aus Zweigestutzen Argentin Und Ernten Seele Kaufen Das ist wieder mit den Keksen Oh, boah, das ist zu viel Ach, wie du wieder ausgeben kannst Ö, ihr seid aber verrückt Spiel starten Wähle mich Ja, mach ich Mal eins Mal neun Mal sechs Mal acht Hatte ich schon Wieso nimmt der jetzt mal eins Dann stehe ich nicht Das kleinste wahrscheinlich Das war dann Pech Ende erreicht Das war dann Vielen Dank. Eid ist Eid. Eid. Noch zwei Wurfe. Ein letzter Wurf. Und fertig für heute. Zweieinhalb Millionen nur. Andere haben mehr. Ich will doch mal nicht zum Hauptmenü zurückkehren. Ich will doch mal nicht zum Hauptmenü zurückkehren. Ich will doch mal nicht zum Hauptmenü.